Nein, danke. Ich schlieb von dir. Danke, nein. Felix, nee, der Felix ist ja der Hund. Ich bringe die ganzen Namen durcheinander. Ich streiche ihn. Ja, die Paula kann ihn streicheln. Auch die Möwen. Hat er die geschlägt? Hat er die geschlägt? Das ist ein frecher Hund. Hat er deine Hand geschlägt? Das ist ein Gras, Moritz. Ja, so. Schauen wir mal dein Knie an. Nimm mal Finger bei den! Hat er den Finger gebissen? Nein. Nein, der Paula hat die Finger gebissen. Nein. Moritz, mach dir die Knie so hoch. Zieh sie hoch nach oben. Ja, genau. Wiegeln sie einfach hoch. Das ist eine gute Idee.